Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Lost Paper und es geht heute wieder um das Long Slim Journal für meine kleine große Tochter. Ja, ich schaue hier gerade noch mal eben, dass der Fokus auch stimmt, ja das passt. Bildausschnitt, ihr könnt auch alles sehen. Ja, wunderbar. Dann geht es nicht mehr los hier. Heute geht es um Deko. So, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich kann nicht ganz dafür garantieren, dass das alles in einem Video abgehandelt ist. Auf jeden Fall wäre es eine super Gelegenheit, meinen Kanal zu abonnieren, zu liken, zu kommentieren und so weiter und so fort sowieso. Auch gerne nach dem Video, wenn ihr euch ein Bild davon gemacht habt, was hier heute so alles passiert. So, wir haben schon Cover Fine, Spitze drin, Tabs drin. Jetzt fehlt definitiv noch Deko. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Auch aus dem Magic Forest Papier habe ich hier so ein paar Teile, die gerne Ecken werden wollen, wo man ein bisschen was drin verstauen kann. Also mindestens mal diese vier wollen das werden. Und ich werde dann hinter jeder Ecke auch entweder so ein Kärtchen, die auch hier neben in den Journal sind, einpacken oder aber auch noch weiteres Papier. Also diese Ecke hier, die möchte ich gerne noch ein bisschen mit Spitze verschönern. Dazu werden wir gleich kommen. Dann habe ich hier einen ganzen Haufen wie so Buttons gemacht, die dann an die Bänder dran sollen. Ich habe vorbereitet ein Slider-Element für die lange Seite, also dass man wirklich von oben nach unten sliden kann. Das möchte ich gleich mit euch einbauen. Das ist schon mal fertig vorbereitet. Also das ist alles fertig vorbereitet. Das hier möchte noch zu Ende vorbereitet werden. Dann habe ich hier noch eine ganze Handvoll Deko und diese kleinen Knöpfe hier, wie gesagt. Und dann habe ich mir gedacht, ich fand dieses Slider so toll, ich habe hier noch so kleine Stückchen. Da hatte ich mal was versucht, was nicht funktioniert hat. Und jetzt schneide ich die Mitte, die nicht funktioniert hat, einfach mal raus. Weil da hatte ich das Ganze nämlich mit Tape noch bearbeitet. Das finde ich jetzt nicht mehr so schön. Wie gesagt, das hat halt nicht funktioniert, was ich machen wollte. Well, that shit happens. So, und hier habe ich nämlich nochmal vier Teile, an denen man noch etwas bewegen könnte, etwas verslidern könnte. So, und das möchte ich gern auch mit euch bauen. Ich habe dafür auserkoren, also einmal für die dünnen Teile würde ich diese kleinen, kleinen, na komm schon, Schatzi, Adventure and the Magic is in you, jeweils als Slider nehmen. Und ich würde das auch so machen, dass es nach Schrägen slidet. Die lecke ich mir mal hier zur Seite. Weiß gar nicht, wie viel seht ihr denn? Och, da seht ihr gar nicht mehr so richtig. Das ist... So, jetzt sollte das funktionieren. Dann habe ich hier die beiden etwas stärkeren. Guck mal, hier haben wir sogar noch so ein Magic Spell. Das ist aber noch schmaler und filigraner als das da. Ja, hm. Ich weiß noch nicht genau, aber das hier kommt mir ganz, ganz gut vor. Always believe in Magic. Soll halt nicht so ein mega fettes Ding sein, weil die Sliderstrecke ist halt nicht so lang, wenn man das so schräg setzt, dann kann man das da höchstens so ein Stück bewegen. Deswegen, wenn das so große Teile sind, dann kann man das einfach mal voll vergessen. Das könnte funktionieren. Adventures in the Forest. Die hier sind alle zu groß. Die werde ich so irgendwo unterbringen. Du bist auch zu groß. Du bist auch zu groß. Ihr könnt gehen. So, genau. Adventures in the Forest. Also kommt immer darauf an, wenn ich das so über die Ecke klebe. So stelle ich mir das vor. Dann kann das hier so wandern. Das kann funktionieren. Always believe in Magic. Könnte genauso funktionieren. So, die packe ich mir hier auch mal daneben. Bisschen mit dem Kleber ein bisschen. Bisschen verschieben. So, ansonsten habe ich noch eine ganze Handvoll Kleinkram, der einfach so rein dekoriert werden möchte. Fangen wir doch einfach mal an. Ich möchte an diese Ecke. Die ist ja noch schon echt ziemlich mächtig. Die werde ich auch definitiv auf ein weißes Blatt kleben. Da möchte ich einfach nur ein weißes, also ein Nicht-Design-Papier-Blatt. Da werde ich auch einfach nur so einen Streifen schwarzer Spitze dran setzen. Und das können wir jetzt schon mal vorbereiten. Dann ist das nämlich schon mal aus dem Weg und kann fröhlich vor sich hin trocknen. Also, Aufnahme passt noch. Jo. Läuft bei uns. Erst wenn das hier nämlich vollständig und fein getrocknet ist, kann ich es auch irgendwo einbauen. Weil sonst würde das nämlich da wieder festkleben durch die Spitze durch, weil die ist ja recht dünn. Klar soweit, ne? So, ich glaube, jetzt wird gleich jemand bei mir vorbeikommen und Gute Nacht sagen wollen. Vielleicht sollte ich das mal präventiv selber in Angriff nehmen. Weil die Dame, die die Gute Nacht sagen kommen könnte, auch die ist, die das Geschenk bekommt und jetzt nicht unbedingt hier reinplatzen soll. So sieht das dann von da aus. Ein filigranes Spitzenstreifchen. Das gefällt mir echt gut. Ich gucke halt mal auf die Uhr. Es ist 21 Uhr. Da kommt noch keiner Gute Nacht sagen. Und das ist noch zu früh für die Dame. So, ich möchte einmal die großen Teile hier verstauen. Eins, zwei, drei. Das ist das vierte. Und das Slider-Element. Es darf ruhig auf einem bunten Element sitzen, finde ich. Ähm, mal die, ich sag mal, die Hemmung auf einem bunten Papier zu schreiben. Ja, ole ole. Da war doch die Bande, um sich für die Nacht zu verabschieden. Wo war ich denn stehen geblieben? Genau, hier war ich stehen geblieben. Also ich würde es tatsächlich lieber irgendwie hier auf die Linke-Seite packen. Was sagt ihr dazu? Und hier einfach nur so ein kleines Element nach oben und viel Platz zum Schreiben. Weil ich glaube, dass einfach die weiße Seite mehr einlädt zum Schreiben als die nicht-weiße, also die bunte. Und deswegen würde ich jetzt diese Riesenelemente eher auf eine gefärbte, eine bunte Seite setzen. Die anderen sind auch gefärbt, aber, also, wie gesagt, ich habe sie ja eben als weiß bezeichnet, eh sehr in so einem blauen Grundton. Da war ich aber ein bisschen enttäuscht von, als ich das Papier gefärbt habe und festgestellt habe, Hm, so richtig durchfärben tut es nicht. Also, ich wollte es eigentlich viel blauer haben, um genau zu sein. Ist doch nicht so viel blauer geworden. Und er hat mich zwischendurch meine Kamera am Stich gelassen, die nämlich erzählt hat, ich habe nicht genug Speicher. Das hat sie aber so still und heimlich gemacht, dass ich das nicht mitbekommen habe. Ja, schade Schokolade. Ähm, ich habe in der Zwischenzeit euch herzlich einen erzählt und Sliderelemente gebaut. Ihr seht's. Schöne Sliderelemente für die verschiedenen Seiten. Und die möchte ich jetzt gleich mit euch anbringen. Jo, dann wart ihr zwar nicht dabei, als ich die gebaut habe, aber immerhin seid ihr dabei, wenn ich sie anbringe. So, eine weitere Sache ist, die ich zwischenzeitlich noch gemacht habe, die ihr nicht mitbekommen habt. Ich habe hier diese drei Teile zugeschnitten, aus denen ich gerne Pockets machen möchte. Und die will ich so zu dritt auf einer Seite anordnen. Die brauchen natürlich auch noch einen Wohnort. Und jetzt räume ich das erstmal so ein Stückchen zur Seite. Also das Magic Spell hier noch den Haufen mitpacken. Weil hier möchte ich ganz gern, hier ist nämlich ein Versuch misslungen. Den werde ich jetzt einfach hier ein bisschen, ähm, ein bisschen kaschieren. So, ja, was ist jetzt kaschieren? Also, ich werde jetzt einfach Pockets daraus bauen und nicht mehr das, was es ursprünglich mal sein soll. Jetzt habe ich gerade hier meine Spitze auseinandergewudelt, schade auch. Das ist ja nur so ein bisschen Nylon-Spitze. Das ist nichts Weltbewegendes. Einfach eine brauchbare, gute Bastelspitze, die einem vieles verzeiht und sich gerade abgewickelt hat. Schade. Jut. Oh Mann, ich habe euch hier so schön einen erzählt. Nicht vom Pferd, aber von der Bastelwelt. Worauf man bei Slider-Elementen achten muss und so weiter und so fort. Naja, das werden bestimmt nicht die letzten Slider-Elemente sein, die ich jemals baue. Also, deswegen verzichte ich jetzt einfach drauf, euch den ganzen Kram nochmal zu erzählen, weil ich habe den ja gerade erst vor ein paar Minuten erzählt. So, ähm, ich bereite jetzt einfach erstmal vor, die Spitze hier auf die Pocke zu puzzeln. Dann darf das nämlich ganz in Ruhe trocknen, bevor wir das Ende hier abschneiden oder die Enden. So sieht das dann von vorne aus, ist einfach nur so ein bisschen angehübscht. Ein bisschen unbleich. So. So. Darf trocknen. Auf jeden Fall in diese großen Elemente werde ich von den Journal-Cards was reinpacken. Und, äh, das müsste eigentlich auch von der Anzahl her ganz gut hinkommen. Und wenn ich noch so ein paar kleinere Elementchen habe, da bin ich mir noch gar nicht sicher, ob ich da was hinterpacke. Oder ob ich die einfach nur ganz stumpf aufklebe. Also aufklebe im Sinne von, ich setze sie drauf, ohne irgendwie eine Lücke zu lassen, dass man noch was hinterstecken könnte. Also sagen wir mal so, meine Tochter ist ja auch eine, wenn meine Junk für Journal-Anfängerin. Also eine, die die Party gar nicht bestellt hat, sozusagen. Ähm, und dementsprechend hat sie jetzt, also ist sie jetzt auch mit diesen ganzen Pockets und hier was verstauen und dort was verstauen, auch überhaupt nicht firm. Das heißt, sie kann damit auch nur so halb was anfangen. Also ich denke mal klar, wenn ich jetzt hier ihr ein paar Pockets reinpacke und dahinter schöne Papiere, wo sie einfach die Papiere alleine schon total schön findet, dann wird sie das bestimmt nutzen, oder vermutlich wird sie das nutzen und, ähm, darauf was Schönes schreiben oder so. Dafür ist es auch da. So. Ich glaube, in diesem Video ist ein bisschen der Wurm drin, was so Zuverlässigkeit des Videodrehs angeht. Na, anbelangt. Ich hoffe jetzt auf jeden Fall, dass wir Ton haben. Ich mache jetzt ganz, ganz einfach mal den ersten Streich. Wo kommt das Slider-Element hin? Da kommt das Slider-Element hin. Believe in Magic. So. Und ich werde es so ankleben, dass ich hier Ja, dass ich die Enden auf jeden Fall vernünftig angeklebt habe. So. Und das Wichtige ist jetzt, das Slider-Element, was ich bewegen will, das möchte ich gerne waagerecht haben. Na, das ist eh so ein bisschen kippelig, das ist nicht so schlimm. Aber mehr als ein bisschen kippelig möchte ich es auch nicht haben. Jetzt schwimmt das hier ein bisschen mit dem Kleber. Machen wir es uns mal leicht. Sag mal, du bist da jetzt festgesetzt. Und du bist dort jetzt festgesetzt. Na, also das Ding, das ist relativ stabil in seiner Slider-Funktion. Also da habe ich nicht mehr viel Spiel rechts und links. Das möchte genau da wohnen. So, und erst wenn das richtig trocken ist, werde ich auch was abschneiden. So, jetzt habe ich euch noch erzählt, als ihr nicht zuhören konntet, es tut mir leid, dass ich hier hier möchte ich Adventure-Wohnen haben und hier möchte ich The Magic is in your Wohnen haben. So, auch hier wieder, ich möchte das Slider-Element, das hier, dass das waagerecht ist und dass sich das hier so dran bewegen lässt. Ich habe ein bisschen Spiel. Also das hier, das hat sogar ziemlich viel Spiel, um genau zu sein. Ich möchte, dass die Möglichkeit besteht, dass es waagerecht wohnt. So, jetzt mache ich mal hier, mache ich das Leben mal ein bisschen anders. Jetzt hat sich das verschoben, das ist wie hier. Hier einen dicken Klebepunkt hin und werde auch hier unten einen Klebepunkt hinmachen. Ich hoffe, dass das nicht so auseinanderquillt hier, dass ich nicht meine anderen Seiten damit belaste. Ja, ja, du kannst da oben noch rumrutschen. Du darfst noch rumrutschen, mein Freund. So, weil ich möchte hier auch nicht die Seite zukleben. Ich habe hier eine Pocket. Eine Pocket. Nein, nicht. So, eigentlich, also der Kleber, der haftet ziemlich schnell. Das muss man ja eben auf jeden Fall lassen. Ein sehr zügiger, anhaftender Kleber. Dennoch kriegt man das fertig, ihn ein bisschen zu verschieben. Nicht weiter verwunderlich. Das ist ja auch ein flüssiger Kleber. So, bin ich überhaupt noch da oben im Bild? Ja, ein bisschen bin ich noch im Bild. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So, auch Adventure. Adventure möchte ich, bitte. waagerecht zu dem Bild. Das sieht richtig logisch gut aus, da oben. Sitz. Und auch hier ziehe ich jetzt einfach die Kante so ein bisschen hoch. Und peile an, wo es eigentlich wohnen sollte. Die Schwierigkeit hier ist wirklich, sich nicht die Tasche zuzukleben. So. Und jetzt habe ich hier nämlich noch ein Slider Element. An dieses und jenes möchte ich gerne auf der letzten Seite wohnen. Ihr erinnert euch, hier ist einfach nur das Bellyband dran. Ich klappe jetzt um. Ich hoffe, das verschiebt sich damit nicht. So, auch dieses hat nicht so mega viel Spiel. Das hat nur, ihr seht, ein ganz bisschen Spiel. Ich möchte es auch so waagerecht wie möglich. So. Mhm. Mhm. Und jetzt, ihr den Bedarf habt, das Thema Slider Element nochmal so ein bisschen auszuschlachten. Also im Sinne von, was kann man da falsch, was kann man da richtig machen. Und so. Und dann sprecht mich gerne nochmal an, schreibt mich an in den Kommentaren. Wenn ich das, was ich euch hier verzweifelt erzählt habe und was ihr nicht hören konntet, weil meine Kamera sich selbstständig gemacht hat. Falls ihr das nochmal in Langform haben wollt. Und nochmal was über Slider Elemente erfahren wollt. Wie mache ich die, woran denke ich, was ist total easy, was ist total schwierig, was auch immer. Wenn ihr davon mehr wollt, dann sagt mir Bescheid. Schreibt mich an. So. Und jetzt werde ich hier. Wisst ihr was? Dieses Video ist garantiert schon total lang. Also hier bin ich jetzt bei elf Minuten davor, war ich bei, ach, egal, komm. Ihr müsst das jetzt einfach ertragen. Sonsten heult ihr rum und sagt, das war viel zu lang. Ach, das ist das nächste Mal kürzer. Dann sage ich, okay, ihr habt ja recht. Ich möchte jetzt hier mit euch die Knöpfe machen. Was heißt Knöpfe? Ich habe so ein paar, sagen wir mal, gescheiterte Versuche, in der Servietentechnik was zu machen, was ich eigentlich ganz lustig fand. Hat sich herausgestellt, das sah irgendwie doof aus. Hat aber den lustigen Effekt, dass ich jetzt hier so ein bisschen verhunztes Papier habe, was sich aber für diese Knöpfe hier wunderbar eignet. Das ist nämlich ein bisschen fest, ein bisschen raus, ist richtig griffig, also man kann es richtig gut anfassen. Dementsprechend mag ich gerne hier diese Plättchen reinbauen. Dann habe ich mir jetzt eine ganze Handvoll ausgestanzt. Also so viel, dass es halt reicht, dass ich hier an jede Strippe so einen Knopf machen kann. Die sind halt auch aus unterschiedlichen Teilen dieses Papiers. Ups, die Seite, verdammt. Sie repräsentieren einfach diese verhunzte Seite in cool. Wenn ich mir das, was ich jetzt hier mache, das wird cool. Kamera läuft schon noch? Oh ja, sie läuft. Braves Tier. Brabe Kamera. Ei, wie fein. Dafür habe ich dich doch gekauft. Im großen Ganzen möchte es ein Handy sein. Nur, ja, muss ich auch als Kamera herhalten. So, wir wollen es andrücken hier. Kann man natürlich auch als Lesezeichen benutzen. So, jetzt haben wir hier noch eins und noch eins und noch eins. Was macht ihr denn immer hier mit eurem Gebamsel in der Mitte? Also ich habe sonst immer eher Charms dran gehängt und Perlen, aber ich fand die tragen so doll auf. Und das fand ich jetzt irgendwie unpassend für so ein, sagen wir mal, eher schmales Long Slim. Also, ja, genau, ihr wisst, was ich meine. Es ist ja, also, es hat ja nicht so die Dicke, sag ich mal. Und es hat auch nicht so ein, es würde so ein Gator Mouth auch nicht so richtig gut vertragen. Es ist ja mehr ein Heft. Es ist ja nicht so ein richtiges Buch, es ist ja mehr ein Heft. Und dementsprechend wollte ich es hier nicht so voll, also nicht so dicke, fette Elemente reinpacken. Sondern eher so kleine, leichte. Ihr versteht, was ich meine. Und deswegen habe ich mich hier für diese Plättchen entschieden. Ich habe das, weiß ich nicht, schon hier und da öfter mal gesehen. Als letztes habe ich das bei der Evi gesehen im Video, beziehungsweise bei Jessica, die die Signatur von Evi ausgepackt hat. Und da fiel es mir wieder ein und denkt, Mensch, cool. Ich hatte schon überlegt, was ich hier in der Mitte reinpacke. Und habe auch schon so ein paar Charms in der Hand gehabt, wo ich denke, Mensch, die sind viel zu fett für dieses Journal. Deswegen fiel mir das dann so ins Gesicht. Und ich dachte so, hey, cool, geiles Ding, Mädels. Cool, dass ihr mich daran erinnert habt, dass es ja diese Plättchen hier gibt. Ich finde einfach, die sehen auch echt cool aus, so. Hier sind einfach, die tragen nicht auf. Ich habe die alle unterschiedlich lang geschnitten. Und so werde ich diese Ecke hier auch umklappen. So machen. Next one online. Wo haben wir noch was schweres? Oh, guck an. Noch ein Handy. Gut, dass wir hier so viel Technik rumliegen haben. Die ist immer so schön schwer. Hier mit Perlen in der Mitte und so finde ich auch mal super schön. Fällt mir mal richtig gut. Nur das Thema auftragen. Na Kamera, läufst du noch? Raube Kamera. Irgendwie sieht das so aus, als hätte sie das Bild auf den Kopf gedreht. Das heißt, in der Videobearbeitung habe ich dann ein bisschen Arbeit, das wieder zurückzudrehen. Oder wenn mir das auffällt, seht ihr mich jetzt in der richtigen... Ähm, richtig rum. Wenn es mir nicht auffällt, kann es sein, dass ihr das... Das Video auf dem Kopf habt. Das würde zu dem heutigen Videodreh passen. Und wundern würde mich das auch nicht. So. Ich mag einfach so neue Ideen und diese coolen Sachen. Und daher freue ich mich immer, wenn ich so eine schöne, tolle Erinnerung bekomme an so etwas. Kliegen wir mal ein Fötchen. Ich denke mal, dass ich diese Button hier noch zu Ende mache. Und dann wird der Rest der Deko sich in ein weiteres Video verkrümeln. Ich dachte ja vorhin schon, dass ich euch hier so richtig ein erzählt habe. Ähm, naja. Und dann, ich kenne die Story. Dann ließ mich meine böse Kamera im Stich. Heul, heul, heul. Dennoch werdet ihr jetzt mittlerweile wahrscheinlich auch schon ein 30 Minuten Video vor der Nase haben. Ich bin allerdings beim vorletzten Button, solange müsst ihr noch durchhalten. Bevor ich euch hier Gebühren verabschieden kann. Ich bin sehr gespannt, was die neue Woche bringt, weil bei mir ist nämlich gerade Sonntagabend. Relativ kurz vorm Urlaub. Also relativ kurz. Ich habe jetzt noch vier Werktage. In den vier Werktagen steckt aber einiges an Arbeit drin. Und es möchte ja auch einiges vor dem Urlaub noch geregelt werden, bevor man es wirklich wegfahren kann. Zum Beispiel dieses Geburtstagsgeschenk hier fertig. Das ist mir sehr wichtig, dass ich es auch wirklich noch fertig bekomme und einpacken kann, damit ich es eingepackt mitnehme. Weil ihr wisst, oder ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn man zusammen in Urlaub fährt und dann auch zusammen das Auto auspackt und kommt eine Kiste dahin, eine Kiste dorthin. Und ehe man sich es versieht, hält die falsche Person ihr Geburtstagsgeschenk in der Hand. Also jedenfalls vor ihrem Geburtstag. Das finde ich immer schade. Oder das finde ich schade, wenn sowas passiert. Und deswegen möchte ich es gerne eingepackt mithaben. Dann kann sie nämlich immer schon drum herum schleichen und sagen, Mama, das ist das für mich. Du bist die Einzige, die im Urlaub Geburtstag hat. Dann könnte das doch durchaus sein, dass das für dich ist. Aber es ist dann halt eingepackt. Und dann kann sie sich die ganze Zeit, und zwar zwölf Tage lang, Gedanken darum machen, was es denn sein könnte. Was in diesem Päckchen ist. Also insgesamt werden wir drei Päckchen mitnehmen. Und vielleicht noch, wenn Oma und Opa uns noch was mitgeben, vielleicht auch noch ein, das ist ein oder andere Päckchen mehr. Das ist dann, ja, einmal Geburtstag in Schweden. Das ist auch was, was wir noch nicht, was wir noch nicht gefeiert haben. So, ihr Lieben. Der letzte Button. Der letzte Button hier, oder Bimsel. Bimsel im Journal ist fertig. Die fühlen sich mega cool an. Es ist leider kein Fühl-Video. Dadurch, dass ich hier Servietentechnik schon vorher ausprobiert habe. Also, ich kann Servietentechnik, aber das, was ich ausprobiert habe, war halt nicht so geil. Aber die Oberfläche ist genauso geworden. Gefällt mir voll. Gut. Mit diesem chaotischen, zusammengestopselten Video verlasse ich euch jetzt. Ich freue mich, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. Weil, wenn ihr diese Worte hört, dann habt ihr es bis hierhin geschafft. Und ich sage jetzt erstmal, bis demnächst in diesem Kino. Das nächste Video wird straighter. Schön, dass ihr dabei wart.